Praise God, let's all stand up. Thank you, Lord. Thank you for this night. Thank you for your word. Thank you for what you gave through Zoltan, what you gave through Raffaella tonight. Danke für das, was du durch Zoltan und Raffaella heute Abend gegeben hast. Thank you, Father, that you speak through me right now. Vater, danke, dass du jetzt auch durch mich sprichst. And I just yield to you to say through me what you want to say, to do what you want to do. Und ich gebe mich dir hin, damit du sagen kannst, was du sagen möchtest durch mich und was du tun kannst durch mich, was du möchtest. Thank you for Holy Spirit Danke, Heiliger Geist. Who is the teacher. Du bist der Lehrer. Who continues to teach us. Und du fährst fort, uns zu lernen. And give us revelation. Und schenkst uns Offenbarung. In Jesus' name. In Jesu Namen. We pray. Beten wir. And we believe. Und wir glauben. Amen. Amen. You can open your Bible to Galatians. Ihr könnt eure Bibel im Galaterbrief aufmachen. Galatians, the fifth chapter. Galater, fünftes Kapitel. And we've been teaching about patience. Und wir haben schon, also wir haben jetzt des Öfteren über Geduld gelehrt. It's a super, super fruit to learn about. Es ist eine super, super gute Frucht, ja, über die man lernen kann. Our faith is only going to work to the limit of our patience. Unser Glaube wird nur in dem Maß, wie unsere Geduld hervorkommt, wirksam sein. Nicht alles, was Gott zu uns spricht, wird sofort geschehen. Nicht alles, was Gott verheißt, wird sofort in Manifestation erscheinen. Und das ist Teil des christlichen Lebenswandels. Das ist es. Du glaubst. Du wartest. Und dann kommt die Manifestation. Oder anders ausgedrückt. Du findest es im Wort. Was dir gehört. Wer du in Christus bist. Wer du immer im Geist bist. Was Gott dir verheißen hat. Und dann sagst du, ja, ich sehe es, das gehört mir, ich glaube es. Und einige von den Dingen, wo du sagst, ja, das gehört mir, ich sehe es, das gehört mir. Das wird nicht sofort in deinem Leben in Erscheinung treten. Und so was tust du dann von der Zeit, wo du es erkennst und glaubst, bis zu dem Zeitpunkt, wo es in deinem Leben auch in Erscheinung tritt. Du wartest. Und wie wartest du dann? Mit Geduld. Und Geduld ist die Fähigkeit, zu warten mit Freude. Freu dich in Erwartung sein, dass die Manifestation kommt. Und das ist gut, nicht wahr? Das ist ein Stabilisierer. Es ist etwas, was dir hilft, von A nach B zu kommen. Es ist etwas, was dir hilft, Heilungsmanifestation zu bekommen, wenn es nicht sofort gekommen ist. Es ist etwas, was dir dabei hilft, wenn du siehst, dass die Gebete darüber, dass deine Kinder umkehren, nicht sofort in Erscheinung treten. Es ist etwas, was dir hilft, wenn du dein Geschäft betrachtest, wo du gebetet hast, damit es sich von erfolglos zu erfolgreich verwandelt. Es ist etwas, was dir hilft, durch die verschiedenen Phasen deines Dienstes zu gehen, zu denen Gott dich berufen hat. Geduld. Wirksam und in Aktion mit Glauben. Durch Glauben und Geduld. Die Verheißungen erben. Was bedeutet, dass diese Verheißungen sich auch manifestieren? Geht in Galater 5 Lest mit mir in Vers 16 Hier heißt es, ich sage aber, wandelt im Geist Wandelt im Geist Also hier geht es um eine Entscheidung Er sagt uns, wandelt im Geist Und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen Nun, was würde denn das Gegenteil von Geduld sein? Impatience Ja, Ungeduld Unstabil Ja, instabil Ja, instabil Und hier heißt es weiter Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf Der Geist aber gegen das Fleisch Denn diese sind einander entgegengesetzt Damit ihr nicht das tut, was ihr wollt Also hier ist ein Kampf zwischen Geist und Fleisch Aber wenn ihr durch den Geist geleitet werdet Seid ihr nicht unter Gesetz Und dann ist die Rede von den Werken des Fleisches Aber geht mal runter weiter zu Vers 22 Denn da werden wir herausfinden, wo Geduld zu finden ist Hier heißt es, die Frucht des Geistes Also hier ist die Rede von unserem neu geschaffenen, wiedergeborenen Geist Die Frucht dessen, wer wir in Christus als neue Schöpfung sind Dieser Ort, wo Gott lebt Dieser Ort, wo wir von neu erschaffen wurden Neu geschaffen wurden innerlich Dann ist das, was dein Geist produzieren und hervorbringen wird Wenn du im Geist wandelst Amen Es heißt Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit oder Besonnenheit Selbstbeherrschung Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet Ihr könnt Geduld hier finden in Langmut Was so viel bedeutet wie, dass du die lange Distanz gehen kannst Wenn es benötigt wird, dass du die lange Strecke gehst, den langen Weg wählst Dann, also bis sich etwas manifestiert, dann kannst du diesen Weg auch gehen Und das ist doch gut, nicht wahr? Du kannst dranbleiben, festhalten An dem, was Gott zu dir gesprochen hat Zu dem, was Gott gesagt hat Du kannst voller Freude bleiben Wegen dem, was Gott gesagt hat, denn du weißt, was er dir gesagt hat Geht mal zu 1. Korinther 13 Und wieder Geduld ist Freu dich, ausharren Bis sich etwas manifestiert Schaut 1. Korinther 13, Vers 4 an Und hier geht es um das ganze Liebeskapitel Was heißt es hier? Die Liebe ist langmütig Es wird in etwas bleiben für eine lange Zeit Geht mal runter zu Vers 7 Sie erträgt alles Sie glaubt alles Sie hofft alles Und sie erduldet alles Alle diese Dinge zusammen haben zu tun mit Geduld Fähig zu sein, inmitten einer schwierigen Situation stehen zu bleiben Ist hier jemand oder gibt es hier jemand, der manchmal Schwierigkeiten hat im Leben, die auf einmal auftauchen? Wir haben doch alle schwierige Situationen hinter uns, nicht wahr? Wir sind in dieser Welt, aber nicht von der Welt Und weil wir in dieser Welt sind, stehen wir verschiedenen Dingen gegenüber Aber wir können uns immer daran erinnern Dass der größer ist Der in uns ist Die Geduld ist größer Du kannst die schwierigen Zeiten überdauern Du kannst durch diese schwierigen Zeiten hindurchgehen Du kannst daran festhalten Bis die Verheißungen sich erfüllen Manifestieren Wie steht es denn damit für etwas? Achso, how many? Wie viele glauben denn momentan für etwas? Wir sollten immer unseren Glauben dort draußen haben für etwas Da gibt es momentan Dinge, die sich noch nicht ganz oder nicht manifestiert haben In meinem Leben In deinem Leben Aber wie gehen wir damit um? Wir halten den Druck aufrecht Ich betrachte es immer auf diese Weise Ja, wir halten den Druck des Glaubens aufrecht Was bedeutet wirklich durchzuhalten Und diese Dinge durchzustehen und zu überdauern Durchzugehen Egal was dir entgegentritt Ich rede jetzt über diese Dinge Wo du weißt, dass Gott zu dir gesprochen hat Halleluja Du hältst fest daran Du weißt, wie du festhalten kannst Und du bleibst dabei Und hier ist die Geduld wirksam Ja, die ihr perfektes Werk vollbringt Lasst uns zu einer weiteren Schrift gehen In Ecclesiastes Ja, Prediger Ja, Prediger, right Im Prediger Ja, there's a verse here That I've been meditating on For the last few days Hier gibt es einen Vers Über den ich die letzten Tage meditiert habe Und ich möchte es euch geben Denn ich glaube, es wird ein Gutes für euch sein Ein Guter für euch sein Jetzt habe ich zu weit geblättert Wusstest du, dass deine besten Tage noch nicht vorüber sind oder vorbei sind? Wow Deine besten Tage sind noch nicht vorbei Da sind bessere Tage für dich, die noch kommen Wir haben gute Tage auch jetzt schon Aber da kommen sogar noch bessere Wisst ihr, da ist eine Lüge, die in die Welt gesät wurde Und lasst es nicht zu, dass sie in euer Herz eindringt Die Leute sagen zum Beispiel, wenn du 40 Jahre alt wirst Ich weiß nicht, ob es auch so hier in Deutschland ist Aber in Amerika machen Leute manchmal Witze und Spaß darüber, wenn jemand 40 wird Und manchmal gibt es Geburtstagspartys und Leute versenden dann schwarze Ballons und Sachen Denn es heißt, dass 40 die Altersstufe ist, wo du die Bergspitze erreichst und danach geht es bergab Weißt du, 40 ist das Alter, wo anfängt, dass dein Körper schwächer wird Oder du wirst dick, du nimmst zu Oder du wirst schwächer, wie auch immer Du wirst älter Es ist so, dass Menschen einfach Witze darüber machen Aber es kann auch die Gefahr darin liegen, dass es in dein Herz eindringt, solche Gedanken zu haben Aber so sollte es nicht sein Es sollte so sein, dass das Ende unserer Tage besser sein sollte als unser Anfang Und Geduld hat eine Menge damit zu tun Gott hat heute bessere Dinge für dich, als er für dich gestern hatte Amen Und dann, wenn du dich schließlich dazu entschließt, dieses Leben hier zu verlassen, kannst du im Sieg gehen Paulus sagt auch, ich habe meinen Lauf vollendet mit Freude Was so viel bedeutet, wie dass es für ihn am Ende besser war als am Anfang Amen Nun schaut euch das an Geht zu Prediger 7 Und hier in Vers 8 Und hier heißt es besser und sagt mal jeder, besser 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 ist das Ende einer Sache Besser ist das Ende dieses Gebäudeprojekts Amen Amen Wir fangen nicht nur mit Feuer an, sondern wir vollenden mit Feuer Halleluja Und ihr könnt das über jede Aufgabe sagen Martin, du hast diese Arbeitsstelle angenommen und ich weiß nicht, wie lange du dort arbeitest Aber wenn Gott dich jemals weiterführen würde Ja, absolut Dann könnte ich aus dieser Arbeit rausgehen in einer besseren Verfassung, als ich reingetreten bin Amen Amen Und wisst ihr, so war es auch mit der ersten Gemeinde, die ich begann Ich habe begonnen Ich habe sie gegründet Und die ersten paar Jahre waren nicht ganz so einfach Aber es wurde besser Im vierten Jahr war dann, preis dem Herrn, der Durchbruch Und dann, wenn der Herr zu dir sagt, deine Zeit hier ist jetzt fertig Anstelle von rauszugehen in Niederlage, ging ich weiter im Sieg Eine wunderbare Gemeinde Eine wunderschöne Gemeinschaft Gutes Gehalt Und alles in Ordnung Und so ist es mit allen Dingen, die Gott durch uns tun möchte Es ist immer besser am Ende Alles, was Gott dir sagt Es wird besser werden Es wird immer besser sein am Ende Wir müssen uns daran erinnern Es ist wie ein Rennen Oftmals ist es so, wenn Gott uns etwas sagt, dann ist es auf eine Weise Die Leute fangen an Und sie sind schnell unterwegs Und sie sind wirklich in voller Kraft und Stärke unterwegs Aber dann mittendrin Anstatt dass sie schauen, wie weit Gott sie schon gebracht hat Oh, wie weit müssen wir denn noch Und das ist die Phase, wo du aufgeben kannst Wo viele Leute ablassen von dem, wofür sie eigentlich Gott geglaubt haben Und da ist der Punkt, wo dann die Geduld greift Der Läufer muss seinen Fokus auf die Ziellinie bringen Und plötzlich Kommt jemand, der wirklich gut trainiert ist im Laufen Entwickelt ist Wo jemand, der wirklich wohl entwickelt und trainiert ist Der kann dann mitten im Rennen nochmal diesen Zusatzturbo einschalten Und seinen Rennen beenden Und das sind die Leute, die die Rennen dann gewinnen Sie wissen, wo sie zünden zum richtigen Zeitpunkt Das sind die Teams, die gewinnen Weil sie wissen, dass sie am Ende nochmal richtig Gas geben können Ja, und auch der Trainer, der weiß Wir sind jetzt gegen Ende des Spiels Und wir können das Spiel jetzt gewinnen Wenn wir richtig Gas geben Ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir ein Team hatten Das eine Sportart gespielt hat, so ähnlich wie Baseball Softball genannt Und wir waren noch unten bei 10 Punkten Und das ist vielleicht so wie bei einem Fußballspiel, wo du sechs Tore hinten liegst Aber der Trainer war einer dieser Leute, die so drauf waren, dass er gesagt hat Es spielt keine Rolle, wir geben alles am Ende Und immer, und dank seinem Herrn, er war ein Gläubiger, hatte er die Einstellung, wir werden gewinnen Und zu der damaligen Zeit haben wir Softball so gespielt, dass wir immer sieben Runden gespielt haben Und genau bevor wir rausgingen, um den nächsten Schlag zu machen Hat sich der Trainer noch einmal mehr mit dem Team zusammengesetzt Und er hat uns gesagt, ihr schaut nicht auf diese Ergebnistafel Wir können immer noch dieses Spiel gewinnen Und ich mache jetzt wirklich keine Witze In der letzten Runde dieses Spiels haben wir das ganze Spiel gewonnen Inklusive dem Trainer, der einen Homerun gelaufen ist Ist das nicht gewaltig? Und dank seinem Herrn, ich hatte auch einen dieser Läufe machen können Als dieser Trainer diesen Schlag zum Homerun gemacht hat Und ich war einer der Läufer an einer der Base Aber wisst ihr, jeder hat alles gegeben Und hier ist es Wir haben ja einen Trainer Wir haben einen Trainer Wisst ihr, wer das ist? Das ist der Heilige Geist Und er ist genannt der Beistand Er ist immer da Und wenn du im Glauben stehst Und du lässt Geduld arbeiten Du kannst beten im Heiligen Geist Dann kannst du diese Beistandskraft in dir aufsteigen lassen Und du kannst immer weiter damit machen Zu sagen, bleib stehen Halt fest Und der Heilige Geist wird einhergehend mit dem Beten im Geist Gottes Wort hervorbringen Um dich immer und immer regelmäßig wieder daran zu erinnern An das, was Gott gesprochen hat Ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Du stehst Du bleibst dabei Wenn es ein kleiner Schritt ist, dann gehst du wenigstens voran Wenn es ein großer Schritt ist, dann gehst du auch wenigstens voran Und wieder ein kleiner Schritt ist Wenigstens vorwärts gehen Aber halte deinen Fokus auf das Gewinnen Nicht auf die Ergebnistafel, die dir vorgaukeln will Es wird niemals funktionieren Und das wird Geduld bewirken Es wird dir helfen Diese Frucht Herr, ich bin geduldig Ich weiß, es wird funktionieren Ich weiß, dieses Wort ist wirksam in mir Ich weiß, was das Wort Gottes sagt Halleluja Halleluja Ich weiß, ich bin geheilt Ich weiß, ich bin frei Ich weiß, dass da, wo ich meine Hand anlege Wohlgelegen hervorkommt Ich weiß, ich werde regelmäßig die Stimme des Herrn hören Ich weiß, das ist es, was ich glaube Und das ist es, was ich höre Und schaut euch das an Besser Besser das Ende einer Sache Als ihr Anfang Wir wollen ja nicht bloß Starter sein, sondern auch Vollender Amen Ecclesiastes 7, 8 Wir wollen nicht nur Starter sein, sondern Vollender Prediger 7, Vers 8 Amen Amen And the patient And And the patient in spirit is better than the proud in spirit Ach so, yeah In German it's a little different Besser langmütig als hochmütig Und sei nicht vorschnell in deinem Geist Zum Zorn Better It says And the patient in spirit Go ahead and translate it out the way it is in English Okay, it's better, I think, yeah Better is the patient in spirit than the proud in spirit Besser ist der geduldige im Geist Als der stolze im Geist Was bedeutet das? Wisst ihr, was Geduld ist? Patience is I'm trusting the Lord Geduld ist, ich vertraue dem Herrn Er wird das zustande bringen And I don't care how long it takes I'm gonna obey him And I'm gonna do it at the right time Und ich achte nicht darauf Wie lange es brauchen wird Denn Und ich tue, was nötig ist Zur richtigen Zeit I'm gonna believe God And it's gonna come The way he wants to bring it Und ich glaube Gott Und dafür, dass es zustande kommt So wie er es zur richtigen Zeit haben will That's a good thing Und das ist gut The proud in spirit Und der stolze im Geist What is that? Was bedeutet das? I mean in New Testament We wouldn't say that Ich meine im Neuen Testament Würden wir das so nicht formulieren Aber wir könnten ausdrücken Stolz in der Seele zu sein The world Their spirit is full of pride In the world Ja, der Geist in der Welt Ist voller Stolz und Hochmut But there's a difference Between us and the world Amen Amen Aber was würde Stolz sein? I'm gonna do it my own way Ich werde es auf meine Weise tun It doesn't matter what God says I'm gonna get it And I'm gonna get it now Es spielt keine Rolle Was Gott sagt Ich will es Ich will es auf meine Weise tun Und ich will es jetzt tun I gotta have it And I gotta have it now Ich will es haben Und ich will es jetzt haben And if I don't I'm gonna be mad Und wenn ich es nicht bekomme Werde ich sauer sein Or I'm gonna I'm gonna step on everybody else Until it comes On everybody else Ach so Mopping Und ich werde auf jeden rumtreten Und jeden rumnörgeln Bis es sich manifestiert Seht ihr den Unterschied? Wenn wir Gott vertrauen Dann schaut es manchmal so aus Dass andere uns überholen Und ihren eigenen Weg gehen Aber du bleibst dabei Einfach weiter zu gehen Du vertraust Gott Ich glaube Gott Und hier ist das Großartige Wenn es sich manifestiert Weil du es auf Gottes Weise getan hast Und empfangen hast Dann weißt du auch Wie du es festhalten kannst So oft wollen Wollen Leute Ganz schnell etwas haben Und vollbringen Sie kommen zu Gott Sie bekommen es Und sind dann gegangen Aber Gott geht es darum Dass wir bekommen Und dann aber auch dranbleiben Und festhalten Behalten Was wir haben Und ständig Wachsen Ständig zunehmen Ständig vorwärtsgehend Und stabil werden Und manchmal habt ihr Diener Die große Dienste haben wollen Nun Jeder sollte so eingestellt sein Weil wer gut ist Weil wer gut ist Zu geben haben Amen Und wir haben viel Und je mehr wir haben Desto mehr können wir auch tun Aber mit großen Diensten Geht auch große Verantwortung einher Und da sind viele emotionale Dinge Die sich im Leben Eines Dieners stabilisieren müssen Damit du fähig sein kannst Einen Dienst auch fortwährend zu tragen Um einen großen Dienst zu haben Musst du wirklich stabil geworden sein Du musst fähig sein Wirklich Gott auch weiterhin zu glauben Wenn alle möglichen Stimmen Auf dich eindringen Und alle möglichen Ratschläge und Meinungen Die auf dich einprasseln Und du weißt aber Was Gott zu dir gesagt hat Und zu arbeiten mit allen möglichen Arten von Persönlichkeiten Und glauben zu können für alle möglichen finanziellen Dinge Und so weiter und so fort Und das ist auch der Grund dafür Dass wir manchmal durch Dinge durchgehen Durch die wir durchgehen Es ist nicht immer der Teufel Der das wirkt Es ist nicht immer der Teufel Könnt ihr das heute Abend sehen? Halleluja Gott ist stabilisierend Sag Gott ist stabilisierend Gott ist stabilisierend Gott ist stabilisierend Gott wirkt an mir Sag deinem Fleisch Warte Sag deinem Fleisch Du musst warten Du musst warten Es ist gut für dich Das sind Dinge auf die du warten musst Und das ist gut für dich Amen Und du kannst dabei bleiben Du kannst du da dran bleiben Bis es sich manifestiert Praise God Let's go to Proverbs 24 And we'll close with this verse Preste mir an Und lasst uns mal zu Sprüche 24 24 gehen Und wir schließen mit diesem Vers Are you getting something tonight? Bekommt ihr heute etwas? Empfangt ihr? Ask your neighbor Are you getting something tonight? Fragt deinen Nachbarn mal Empfängst du was heute Abend? Ask the people on the internet Are you getting something tonight? Fragt die Leute im Internet mal Bekommt ihr was? Empfangt ihr? Anybody on the internet Know what I'm talking about tonight? Irgendjemand im Internet dabei Der weiß von was ich heute Abend spreche Now look at Proverbs 24 Okay, schaut euch Sprüche 24 an It says if thou faint In the day of adversity Your strength is small Verse 10 Okay, Sprüche 24 Vers 10 Zeigst du dich lässig am Tag der Not Your strength is small Gerät auch deine Kraft in Not God doesn't want us to have Little strength Und Gott möchte aber nicht Dass wir nur kleine Kraft haben Die wirksam ist in unserem Leben Amen Er möchte, dass viel Kraft in unserem Leben wirksam ist Seht ihr? Du hast diese Stärke Jeder hat diese Stärke Aber es geht darum Wie jemand der den Muskel aufbaut Wisst ihr, ich habe mal eine Geschichte gehört Über einen Landwirt Und er war noch ein sehr junger Mann Vielleicht noch ein Teenager Und er hatte keine Gewichte zum Trainieren Also anstelle davon Dass er Handeln genommen hat Hat er jeden Tag als Handel Ein Kalb genommen Du gehst einfach raus Und greifst dir das Kalb Und bis zu der Zeit Wo dieses Kalb sich in eine Kuh verwandelt hat Kannst du dann auch die Kuh bewältigen Aber das ist nicht über Nacht passiert Es brauchte Zeit Um diese Muskulatur auszubilden Und unsere Stärke nimmt zu und zu und zu Und dieses Wort Ist wirksam in der Mitte von schwierigen Situationen Amen So wie Martin, als er mit seiner Arbeit begonnen hat Hat er mir eine Geschichte erzählt Ja, denn Martin macht Umzüge Er trägt Kisten und Möbel und Sachen wie diese Und als ich hinging zum Vorstellungsgespräch Achso, okay Und dann so ein Testarbeiten gemacht habe Da hat mein Chef mich angeschaut Und Martin wusste, was der Chef denkt Denn er dachte, er wird diesen Job niemals tun können Denn es ist vieles Schwere zu tragen Wo du Dinge vielleicht vom dritten oder vierten Stock rauf und runter tragen musst Und das ist auch der Grund, warum ich auf Martin gewartet habe Um diesen Schrank von dort hinten rauf zu schleppen Aber was geschah? Ich ging hin und ich habe meine Testarbeit erledigt Und sie waren überrascht Weil ich es schaffen konnte Ich habe es geschafft Und ich war nicht nur fähig Am Anfang Dinge zu schaffen Sondern ich war auch bereit Zu lernen, wie man Dinge richtig tut Und dann wirklich mich zu entwickeln Und stärker und besser zu werden Und wenn du jetzt diesen Typen anfasst Dann ist er wie ein Fels geworden Ein total durchtrainierter Körper Sodass dieser Mann Dinge heben kann Wo du nicht denkst, dass er dazu fähig wäre Wir haben Sonntagabend nach der Gemeinde im Restaurant gegessen Und Martin hat seinen Rucksack am Tisch liegen lassen Und wir waren dann drunten im Park Und haben den Football geworfen Und dann bin ich noch ein wenig früher wieder zurückgegangen An den Tisch, wo dann mittlerweile andere Leute gesessen sind Und diese Dame da und dieser Herr Sie haben meinen Rucksack hochgehoben Und sie sagten Mann, was ist denn da alles drin? Ja, es war mein Rucksack Ja, das ist was er täglich mit sich rumschleppt Es ist nichts für ihn Aber für jemanden, der nicht so wohl trainiert ist wie er Ist das wirklich ein richtig großes Gewicht Also diese Geduld entwickelt zu haben ist etwas Gutes Weil wir dann größere Dinge bewältigen können Wir können größere Verantwortungen tragen und durchgehen Und das ist der Grund dafür, dass oftmals Dinge sich nicht sofort manifestieren Weil wir wachsen Unsere Geduld wächst und es wird stärker und stärker Und dann ist es egal, was kommt, wir werden stehen bleiben Amen Haben wir euch geholfen heute Abend? Oh, danke Jesus Oh, danke Jesus Vater, wir danken dir so sehr Für das, was du uns gegeben hast Wir danken dir für Geduld Dieses freudige Ausharren Während wir auf alles warten, was du verheißen hast, dass es sich manifestiert Und wir danken dir dafür, dass du heute uns dein Wort gegeben hast Ja, genau hier an diesem Ort Und über das Internet Und auch raus hier auf die Straße zu den Leuten, die stehen geblieben sind, um zuzuhören Und wieder danken wir dir dafür, dass du uns an den richtigen Platz gestellt hast, um Menschen zu erreichen Und du entwickelst unsere Geduld Und wir gehen vorwärts und wir können stehen und stehen und stehen Und wir wissen dabei, dass das Ende besser sein wird, als der Anfang war Es ist besser Es ist besser Wir sehen Dinge besser, so wie wir vorwärts gehen Und wir bleiben dabei, dass wir stehen Wir haben diese Zeit, die mit uns ist Und wir stehen Und wir wissen, dass alles, was du verheißen hast, sich manifestiert Die Finanzen von jedermann erfahren Zuwachs Und jede Familie dient Gott Ja, bis zum Maximum Brennend für dich Jeder Körper geheilt Diese Stadt für Jesus erreicht Erweckung Heilungen und Wunder Die sich hier in dieser Stadt wie Popcorn manifestieren Wir sehen es, Herr Wir sehen es Wir sehen Massen von Leben, die durch uns verändert werden Wir sehen es Nichts hält mehr uns zurück Alles geht vorwärts Das ist es, was wir sehen und das sprechen wir auch aus Halleluja Halleluja Danke, Herr Danke, Herr Danke, Herr Danke, dass du uns Botschaften der Ermutigung gegeben hast heute Abend Die Glauben bauen Die Hoffnung bauen Die Geduld bauen Die Freude bauen Und all diese Dinge nehmen zu durch die Offenbarung deines Wortes Halleluja Danke, Herr Viervater Danke, Jesus Danke, Jesus Halleluja Steht mal jeder auf Und auch hier im Internet, steht auf Und fang einfach an, dem Herrn zu danken Wofür auch immer du dem Herrn glaubst Und sprich es für dich selber aus Zu Gott Es hat sich für dich noch nicht manifestiert, aber du glaubst dafür Und setz die Freude frei Halleluja Setz die Freude frei Halleluja Setz die Freude frei Halleluja Halleluja Setz es frei Setz die Freude frei Setz die Freude frei Und lass es fließen Danke, Herr Danke, Jesus Wir danken dir, Herr Wir danken dir, Herr Halleluja Wir danken dir, Jesus Wir danken dir, Jesus Wir danken dir, Jesus Halleluja Wir geben dir, Dank, Jesus Wir danken dir, Herr Wir danken dir in der Spirit Wir sind so stark als Martin's Körper Halleluja Yes, Herr Danke, Jesus Und stärker, stärker in der Heil Stronker mit spirituellen Dinge in der Heil Halleluja Wir werden stärker in der Seele und im Leib durch geistliche Dinge Geistliche Dinge wirksam in der Seele Und Geduld wirksam in unserer Seele Wir wandeln im Geist Wir wandeln im Geist Wir gehen vorwärts im Geist Halleluja 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 Lasst uns für Ingrid beten Sie hat heute eine Operation gehabt Und sie hat um Gebet Und sie hat um Gebet Ja, gebeten Halleluja Vater, wir danken dir einfach für Ingrid Vater, wir danken dir einfach für Ingrid Und wir sprechen über sie Und wir sprechen über sie